Expertin. Darum gab Prinzessin Kate William einen Poklaps. Über diese kleine Geste muss offenbar das halbe Internet schmunzeln. Bei den gestrigen BAFTA Awards gab es hohen Besuch. Prinz William und Prinzessin Kate nahmen nach zwei Jahren Pause wieder an der jährlichen Preisverleihung teil. Das Royal-Ehepaar stahl beinahe allen Beteiligten die Show. Die beiden hatten sich nämlich nicht nur ordentlich in Schale geworfen, sondern hatten auch so richtig Spaß. Kate gab ihrem Mann sogar einen Poklaps. Doch was hatte es mit dieser Geste eigentlich auf sich? Körpersprache-Expertin Judy James erklärte Mirra nun, was Kate mit der Geste bewirken wollte, demnach habe die jährige ihren Gatten indirekt darauf hinweisen wollen, dass er ihre Hand nicht nahm, als sie nach ihr suchte. Kate belohnt William dann mit einem Klaps auf den Hintern. Das funktioniert sowohl als sexy Ritual als auch als Anerkennung oder als kleine Strafe dafür, dass er seinen Einsatz verpasst hat, erläuterte die Fachfrau. Das Video von Kates kleinem Poklaps geht im Netz viral. Doch der Auftritt der beiden ist generell eines der Top-Themen auf Social Media. Kate und William legten wieder mal einen echten Wow-Auftritt hin. Die Prinzessin von Wales trug im Übrigen große goldene Ohrringe von Sarah, nach Kates Auftritt waren diese online binnen weniger Minuten ausverkauft.